Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, während der letzten Woche ist es hier bei uns im Club Mittwochstudio ums Geschenken, Gut Essen und Fröhnen gegangen. Heute gibt es einen Beitrag über ein Thema, das eigentlich ganz gut dazu passt. Sie haben sicher schon gemerkt, es geht ums Reisen. Der Club angeschlossen sind nämlich, wie Sie vielleicht wissen, Popularis-Tours mit 20 Reisebüros in der ganzen Schweiz. Für das nächste Jahr hat Popularis-Angebote weiter ausgebaut und die Ferienvorschläge noch mehr als besetzt auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Den Familien bieten Popularis preisgünstige Angebote in kinderfreundlichen Anlagen. Betreuung, Kinderhütendienste und spezielle Rabatte auf bestimmte Destinationen werden denen die Ferien noch angenehmer machen. Für alle, die gerne haben, wenn etwas läuft, hat Popularis-Club-Ferien mit Disco-, Surf- und Badeplausch im Programm. Aber auch Individualisten, die möglichst viel möchten, oder ganz Sportliche, die auch während der Ferien gerne aktiv bleiben, sind bei Popularis gut aufgehoben. In den nächsten Tagen erscheinen übrigens die neuen Kataloge mit den attraktiven und vielseitigen Feriendestinationen, die die qualifizierten Spezialisten von Popularis ausgesucht haben. Und denken Sie daran, eine schöne Reise kann man auch schenken. Bevor Ihnen jetzt die Studiehochi noch ein paar Tipps für das Soilfestabwaffe gibt, möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Einen guten Rutsch dann noch und auf Wiedersehen im nächsten Jahr. Guten Abend miteinander. Zu allen Jahreszeiten braucht der Körper gleich viel Vitamine und Nährstoffe. Auch im Winter ist es darum wichtig, dass man Gemüse schonend, zum Beispiel als Salat, zubereitet. Röslichöl habe ich in wenig Salzwasser knapp garkocht und halbiert. Dazu mache ich eine Soße aus zwei Esslöffeln Naturjoghurt, gehackten Zwiebeln, Senf, Curry und ein wenig Pfeffer. Und verrühre das mit einem Esslöffel Essig und einem Esslöffel Öl. In diese Soße kommt der Röslichöl, wird gut damit vermischt und dann mit Rohschinkenstreifchen garniert. Der Vorteil dieser Gemüsesalat liegt ja eben gerade hier drin, dass man es gut vorbereiten kann. Die Soße darf nämlich ruhig noch ein bisschen einziehen. Weitere attraktive Vorschläge für gesunde Salate, die gut aufs zielfestes Buffet passen, hat es diese Woche in der Coop-Zeitung und ab sofort im Teletext. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Rimous Party, mussierenden Edeltraubensaft, alkoholfrei für nur 3,25. Zweifelbaumschips, Natur oder Paprika in der Familienpackung für nur 3,90. Und Glasse Cake Viennetta von Lusso Eldorado für nur 4 Franken. Und morgen, übermorgen und am Samstag offeriert in Coop 100 Gramm frische Champignons für nur 80 Rappen. Auf Wiedersehen!